Hallo das Willkommen zu der Schöner zu Gäder und diese Schlucht redet mir schon zum vierten Mal rein absichtlich als ein Mütig die Eifert das ist die Idee die ersten er diesmal wieder von mir bei der Mann und ich ist kein Speicherplastik Alter ich hab jetzt sechs Folgen du auch ich hab sechs Folgen 6-3-Standard eben nur einmal in der Woche auf so jetzt geht ja mal auch was ich die ganze Zeit machen ha ha gelettet also wieder dieses langweilige oben am Hochhaus rum in ständig im Kreis laufen ja das gebe ich zu das war nichts als folgen was voll spannend die scharfe sehr gut dass der Weg ich dass der Weg 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 dass das schlafen nein Anni hat kein Bett glaube ich ich mach ich hast du ein Bett ich ich kann ein Bett machen ich auch hier hab voll viel Wolle ey kann sich mal kurz ein kann mal ein du hast aber keine Wolle oder doch also brauchst du noch ein Bett ein das haben wir haben das hat immer noch gut da mache ich die Zeit ich habe ich habe ich habe ich habe ich habe immer noch gut da mache ich dir jetzt eins jp ich habe wenn das ist aber erstellend weil ihnen ja meine ich bin ich kann nicht mein Ding sprechen tut mir leid Deine Hedden Verben im Gescheiße ja das weiß ich Raphael ja und zwar immer wenn ich aufnehme besonders warte mal ja dann bist du ein Opfer hier habe ich ganz gut die Qualität nein nicht da drauf jetzt gehts doch ey ich bring dir dein Bett wo bist du? in Damarins Haus hallo adopter noch da irgendjemand mein Internet abgekackt nehmen wir während ich aufnehme NOOOON Eah nein das ist gar nicht Инno Ah... aber mein TS ist abgekackt Hey du bist weeg ja T.S. ist gerade hey du bist weg also jetzt bist du wieder da T.S. ist gerade irgendwie leicht abgekalkt obwohl mein Internet jetzt ganz gut du kommst mit zu Anis Haus okay hat er ja gar nicht zu ihrem Bett nein nein kommt einfach einfach alle zu mir wo bist denn du? ach du mein Küper okay ich mach mich jetzt auf jeden Fall doink doink ja klar Jonas überhaupt abgeschaut gell überhaupt nein das hab ich doch schon da vorher gesagt das sieht voll anders aus ja irgendwie ich weiß es nicht aber weiß ich wie ich mach naja das sieht voll anders aus gell Jonas aber ich baue das und mach das wenn du noch tausend Anbäu 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 Raffaele es gab dein Plan mein Haus niederzuschreien nein hey mach den Step und ich das war jetzt die Rache für letztes Mal das hab ich mir schon auf dem großen Notizzettel aufgeschrieben weil du hast bestimmt nicht weniger in die Luft gejagt du als erinnert Anbäu Alter okay da aber ich nicht um einiger Kugel wie wenig das ist okay ich bringe mich echt auf jetzt gibt's Krieg wenn Jonas sein Feuerzeug um Alter jetzt kommt er einmal und er ist und der Rache war du hast mal eine Sonderheit das war einfach Arschloch Alter guck dir diese Scheiß-Folge an der hat mein Haus in die Luft gejagt Stück ja unabsichtlich absichtlich genau unabsichtlich trotzdem du hast es nicht mal repariert ich wollte es reparieren er zählt auch gleich zurück Alter Schwede jetzt ist es wieder voll viel Glas was wir wieder verschwenden müssen ja ja was glaubst du was ich an Glas und Holz und Erde verschwenden musste ich musste ja auch noch ein Stack Erde verschwenden das muss Jonas zum Beispiel nicht weil es im Wasser ist und ich hatte zu dem Zeitpunkt fast keine Erde ja ich hab dir aber glaube ich auch was gegeben nein hast du gar nicht ich hab gefragt wer hat Erde nein ich hab keine Erde weil ich dir nämlich schon mal was gegeben hab egal Annika wollen wir bei deinem Gebäude weiterbauen hast du jetzt aufgenommen begonnen Raphael ja ich hab glaubst du ich nehme sowas nicht auf also bitte alle bitte alle bitte alle Raphael flämen er war unfair ja Annika also was kann man dir bei deinem Haus helfen wie willst du dein Haus machen das macht dir nichts der S-Mann muss ich doch nicht ich ich war unfair also okay jetzt mal ernsthaft was würdet ihr eher als unfair beurteilen wenn jemand wenn ich an äh einem Haus kleinen Schaden hinterlasse und jetzt nicht auf das bezogen und jemand an meinem Haus riesen Schaden hinterlässt das finde ich jetzt nicht gleichberechtigung oder wenn jemand ein Stück von meinem Haus in die Luft jagt oder und ich dann ein Stück von seinem Haus in die Luft jagt das finde ich fair wenn er dir aber beim reparieren hilfst und du nicht dann dann ist es unfair er hat mir nicht beim reparieren geholfen er hat mir nicht mal ein Holz oder eine Erde oder was weiß ich gegeben das war damals als er vielleicht kein Zeugs hatte der hatte Zeugs nein weil ich erst an dir das war damals wie in damals war die Welt doch einfach und heute war oder bei den Grundrück ja ist gut ich baue dir gerade diese Baumkrone weg Jonas was machst du gerade Strip meinst du da baust du einen Durchgang zu meinem Haus ich baue die Liene ich baue die Liene ich baue die Liene Slash t Slash tp Sneaky Sorry ich will dir nur dein Bett geben Papa hat gesagt du sollst es lassen Danke Ich hab mich zu ihr gepoweredet Ja dann brauchen wir jetzt trotzdem bei ihr Und hier ist jetzt dein Bett so schlimm Rafael belästige nicht Jonas seine Schwester Was ist denn überhaupt? Ich bin süß. Raphael, ich find mein Bett nicht. Ich hab's dir gegeben. Du hast vielleicht schon eingesammelt? Ich hab die Mine mal wieder gefunden. Ja, ich hab schon eingesammelt. Eine Frage, wo ist von hier aus mein Haus? Äh, nicht in die Richtung, sondern nach drüben. Pflanzt ihr den Wald wieder nach? Ich hab mal wieder die Mine gefunden. Nein, Ani baut hier in mein Haus, wenn du mal zugehört hättest. Äh, ich war halt in mein Haus. Aber ich lass dir schon bald drum noch, oder? So. Ist doch. Du musst hier so ein echtes Viehchen nehmen. Ja, vermutlich unterirdisch, das mach ich gleich dann weg. Alter, das sieht schon einfach aus. Ich mach's dir weg, Ani, aber ich rette dich. Das war dein Kollege schon. Ja, ich weiß daher. Das sucht er hier überhaupt nichts. Hm. Ich lieb. Oh Gott, jetzt regnet. Oh Mann. Nein, kein Regenhaus. Damit muss man leben. Ich mach jetzt mal die Grundrisse meines Hauses. Ja, das ist gut. Und mach mal den. Ey, wo ist der? Ähm, wo hast du? Mach, weißt du was? Wo ist die, ähm. So, ach, Wolle. Schön. Wo ist die Schlucht, Amarin? Ich mach's schon, Jonas. Ich mach's schon, Jonas. Ach, wie schon. Äh, Entschuldigung, aber ihr guckt jetzt aus dem Fenster auf jeden Fall, weil der Baum da voll ist. Ihr guckt jetzt aus dem Fenster. Ich trinke nämlich jetzt was. Ha, 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 ha. Du trinkst was? Säufer! Ja, und jetzt sagt niemand mehr was. Ihr habt ein Loch mitten in mein Haus gebaut. Was? Haus. Äh, Jonas, schmeiß mir bitte ein bisschen Erde runter. Ey. Blöd, lass dich verrotten. Warte, ich bring die Erde, Amarin. Ja, ich komm auch. Ich bin da, sozusagen. Hier ist Erde. Ey, die Erde droppt irgendwie nicht. Ey, Anni, warum brauchst du das zu, was du sagst? Nein, brauch ich nicht. Nein, brauch ich nicht. Oh, 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 oh. Ich geh mir auch. Also, du kannst dich hinter mir hochfahren, Raphael. Wie mies. Dann kriegst du auch gleich deine Erde zurück. Haha. Haha. Ich bin fertig. Ey. Ja, 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 ich war grad noch gemutet, what the fuck. Ah, wie geil. Hahaha. Ihr seid solche asozialen Kinder, ey. Ihr seid solche asozialen Kinder, ey. Ihr seid solche asozialen Kinder, ey. Alter! Hahaha. Nube. Mein Apfel. Ich will essen. Ich will den Apfel. Ja. Ich will den Apfel. Dankeschön. Du bist zu spät bei uns in der Luft. Es geht aber eigentlich nicht um den Weg. Meine Apfel werden meinen Apfel geklaut. Mann. Habe ich schon erwähnt, dass ihr keine Channel zahlt. Schau mal. Schau mal. Haha. Galita hat deinen Apfel. Ihihihi. Alter, hör auf. Ich ertrinke. Ich mach nur hier drum das Gras weg. Manni hat Angst zu ertrinken, aber ich glaube, ich muss da noch beibringen, dass es eine Anzeige fürs ertrinken gibt. Du weißt, die kleinen Bräschen hier. Wow. Ich hab was gelernt. Soll ich das Ding hier zubauen? Und wie du ist die Bräschen zu bauen? Creeper, Creeper, Creeper. Achtung. Alter, schlag mich. Armarin, wegen dir ist dieser scheiß Creeper explodiert. Wegen dir bin ich fast tot. Wärst du mir nicht im Weg gerannt? Ich bin jetzt mal so nett und mach das zu. Mach das Loch hier auch noch zu. Chalita, kann ich dir einen Weg zum Haus bauen? Ich hab keine Erde mehr. Hallo. Also ich bin ja mal gespannt, was die Leute dazu sagen, dass ich jetzt dabei bin. Ja, bin ich auch. Soll ich einen Weg zu deinem Haus bauen? Erstmal muss ich das Haus bauen. Ich fahr mit dem Haus. Geh mal weg, da will ich den Platz setzen. Kratz. Der hat einen Sixthrack noch. Ihr steht mir alle voll im Weg. Okay. Komm, die wollen mich voll verarscht. Also verarscht es nicht. Mach mit. Verarscht das Ding nicht. Sonst mach ich so kaputt. Au. Nein, 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 nein. Nein, nein. Ich spül dich runter. Nein, du Bongo. Soll ich jetzt? Wasserbaum. Das war's. Ich spür mich, da war ich jetzt.